Tauchen wir ein in eine Welt, die man als Meisterwelt bezeichnen kann. In der Glasmanufaktur Kaiserhof in Neuberg an der Mürz wurde das Buch zum Thema Handwerkersleidenschaft vorgestellt. Die Grazer Autorin Doris Lind stellte persönlich ihr Buch über handwerkliche Meisterschaft vor. Wir möchten einfach zeigen, dass Handwerk wirklich was ganz Besonderes ist. Wenn Dinge von Hand gemacht sind, dann können die sich wirklich von diesen ganzen anderen Millionen von Dingen, die im Angebot sind, abheben. Und wir möchten natürlich auch ein bisschen so eine kleine Handwerksreise durch die Steiermark damit machen und zeigen, dass wirklich in allen Regionen der Steiermark, ob das jetzt in den entlegensten Flecken ist oder rund um die Landeshauptstadt, überall findet wirklich Handwerkersleidenschaft statt. Der neue Band aus dem Meisterwelten Steiermark widmet sich ganz der handwerklichen Meisterschaft. Es ist ein Streifzug durch 31 steirische Handwerksbetriebe mit Texten von Doris Lind und Fotos von Tom Lamm. Die Meisterwelten sind auch etwas Besonderes. Die Mitgliedsbetriebe sind Meister ihres Fachs, sind Vorzeigebetriebe der Steiermark und die haben wir in ein wunderschönes Buch verpackt. 31 davon, wir haben es schon einmal 31 präsentiert, aber da sind 31 neue Betriebe drinnen und zeigen einfach die Vielfalt in der Steiermark, was Handwerk ausmacht und was Kundinnen erwarten können, wenn sie zu den Meisterweltenbetrieben gehen und etwas kaufen möchten. Die sechs Kapitel des Buches sind zugleich sechs Leitsätze, die in Summe ein Buch der Meisterschaft ergeben. Naja, es sind natürlich persönliche Geschichten, da geht es ja um Leidenschaft. Und Leidenschaft ist ja etwas wirklich sehr Persönliches. Und das Spannende ist, diese Menschen, die da drinnen porträtiert worden sind, haben unterschiedliche Zugänge zu dem Handwerk, das sie betreiben, haben unterschiedliche Visionen, wie sie Handwerk sehen und da bekommt man ein Stück Menschlichkeit, einfach sinnstiftendes Produkt, das kriegt man einfach von den Betrieben, weil die denken sich was dabei, was ganz Besonderes, wenn sie einen Ring anfertigen für ein Ehepaar oder Stoffe anfertigen. Also da steckt eine große Leidenschaft dahinter und etwas ganz Besonderes für jedes einzelne Produkt. Der Leitsatz Handwerk als Leidenschaft wird dem Leser und Betrachter augenscheinlich gezeigt. Handwerk aus Leidenschaft. Ja, absolut, das geht bei dem Beruf gar nicht anders. Was ist für Sie das Schöne an diesem Beruf? An dem Beruf des Glasmachers. Also heißes Glas ist, ich glaube, der faszinierendste Werkstoff überhaupt, was es gibt. Glas ist so spannend, im wahrsten Sinne des Wortes, jeden Tag herausfordernd. Und dann ist es ja auch so, dass man auch Freude daran hat, wenn man das alles wieder anschauen kann, was man meisterlich fertiggebracht hat. Ja, das ist das Nächste, was da dann dazukommt bei heißem Glas. Es ist immer Überraschung, man kann zwar das meiste sehr vorsätzlich machen, sehr genau planen, aber das Glas ist immer erst am nächsten Tag fertig und dann zunächst mal, was rausgekommen ist. Die Meisterwelten Steiermark sind ein Netzwerk aus meisterhaften Betrieben, die noch für Handwerkskultur stehen und die Tradition des Handwerks mit den Anforderungen des 21. Jahrhunderts verbinden. Und jetzt sehen wir später. Vielen Dank.